1, 2, 3 Hallo und herzlich willkommen. Wir drehen heute ein kleines Video nochmal wieder. Wir sind wieder auf dem Sofa, diesmal mit Deko-Kissen. Und wer hätte es gedacht, es geht um Essen? Ja, und zwar testen wir, weil beim letzten Mal haben wir ja vegane Produkte getestet und da war ganz viel Soßen, Gewürze und sowas dabei. Also haben wir uns gedacht, wir gucken mal in meinen geheimen Vorratsschrank und gucken, was da an veganen Krempel drin ist. Und du was einkaufen hast, noch eine Kleinigkeit besorgt. Genau, ja, eigentlich ja quasi zwei Sachen. Ja, das war, das eine war schon im Schrank drin. Ja, auf jeden Fall, nein, da haben wir gedacht, wir gucken jetzt einfach nochmal, was es da alles so gibt und probieren uns dadurch, so klischeehaft, so dickes Kerlchen, Futter, Süßigkeiten, aber immerhin vegan. Ich meine, vielleicht können wir damit die ganzen Kartoffelsackträger auf unsere Seite ziehen. War das jetzt zu frech? Nein, egal, ohne Witz, es gibt echt leckere Sachen und ich bin mal gespannt. Wir fangen an mit dem Klassiker? Nee, das klebt vielleicht an den Zähnen. Schoki! Okay. Hey, es steht sogar fast scharf. Aber nur fast. Perfekt. Ich gucke erst mal. Von Katjes. Schockjes. Cool ohne Kuh. Vegan mit Haferdrink. Ja gut, vegane Schokolade mit hydrolysierten Haferpulver. Okay. Und kommt aus Deutschland. Und die ist rosa. Ja. Also die Schokolade an sich nicht, aber die Verpackung. Übrigens, weil wir jetzt mehrere Sachen aufmachen, das wird alles nicht weggeworfen. Ich werde zwar übermorgen wieder gehen, aber ich bin sicher, meine Freundin lässt sich das alles schmecken. Verfressendes Kind. Kannst du dir ein Stück Schoki nehmen? Schoki. Gut, also ich sage mal so. Es sieht halt aus wie Schokolade. Es ist schon am Essen. Es riecht wie Schokolade. Und mich würde es echt wundern, wenn es nicht schmecken würde, die Schokolade. Ich hatte schon bessere vegane Schokolade. Es schmeckt auf jeden Fall anders. Ich finde, man merkt, dass, wenn man so Hafer trinkt oder so trinkt, der schmeckt immer ein bisschen wässriger. Und man merkt, dass halt die Milch für dieses volle fehlt. Wie gesagt, ich hatte schon... Aber nicht unbedingt schlechter. Ich hatte schon andere vegane Vollmilchschokolade, die war besser. Und billiger. Bock. Erzähl du was dazu, du kennst das. Das ist Kokos-Zeugs mit Chocolate Sea Salt. Ich hatte davon schon mal eine Packung, hatte das für lecker befunden, habe es dann einfach nochmal nachgekauft. Kokosnusschips, die sind auch glutenfrei. Da ist nicht alles, was vegan ist, irgendwo... Nein. Okay. Brot. Also gluten ist also so Weizenprodukte und sowas. aus Berlin. Es riecht interessant. Also riecht halt nach Kokos. Ja. Sieht aus wie nichts anderes als Kokosraspeln. Ich finde das hat, wenn ich mich recht erinnere, schon ein paar Monate her, als ich das jetzt mal gegessen habe, so ein bisschen was Karamelliges. Sag mal so, wer Bounty nicht mag, mag auch das nicht. Aber ich glaube, die haben recht, mit denen kann man gut als Topping und so verwenden. Ich glaube, wenn es Müsli reingemacht oder so, schmeckt es echt gut. Ich esse das immer so. Ja, aber für so, das ist halt wirklich... Ich schütze es mal in die Kamera. Ja, genau. Sieht man total gut. Sieht man total gut, sag ich doch. Es sind halt die typischen Kokosraspelgrößen. Ach, das ist ja die Höhle der Löwen. Okay. Bekannt aus der Show. Deswegen habe ich es nicht gekauft. Auf jeden Fall. Ist mal was anderes. Wenn es danach ging, hätte ich es eigentlich nicht gekauft, weil ich das dämlich finde. Aber okay. Mich hat es ein bisschen geärgert, dass ich leider nicht in den Laden vorbeikommen bin. Es gibt einen, die verkaufen so vegane Knusperbrezel. Die sind richtig geil. Aber das, ja, ich habe definitiv schon Schlechteres gegessen. Wie? Vegane Knusperbrezel? Na so, es gibt doch diese kleinen Brezeln, diese Snackbrezeln. Und die sind vegan. Die nenne ich immer vegan. Ja, das steht halt auch vegan. Aber die sind auf jeden Fall lecker. Egal. Die sind lecker. Stinknormale Kartoffelchips sind auch vegan. Ja. Das wird interessant. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich muss dazu sagen, die wurde mir schon, waren wir da eigentlich schon zusammen, als die mir angekündigt wurde. Ich glaube, noch nicht mal. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es trocken. Es hält sich wahrscheinlich eh noch 100 Jahre. Getrocknete Wassermelonen. So, da stellt sich mir die Frage. Ich habe einen Melonensalat heute zubereitet für uns. Und die Melone bestand halt wirklich wie eine Melone aus so viel Wasser. Das war nicht viel Melone. Dementsprechend frage ich mich, wahrscheinlich sind hier 5 bis 6 ganze Wassermelonen drin. Mindestens. Wenn nicht mehr. In 40 Gramm. In Scheiben getrocknet mit Kern. Mit Kern sogar. Sind wir doch mal ehrlich. Eigentlich sollte das ein bisschen süß. Und ansonsten nach nichts schmecken. Aber knusprig oder labbrig. Das ist knusprig, hoffe ich mal. Das sieht ja lustig aus. Ich reiche dir eine dünne Scheibe. Nette Wasser. Also es ist halt wirklich Wassermelonenscheiben. Es riecht auch ein bisschen nach Wassermelone. Das kannst du auch mit Aromen nachhelfen. Es schmeckt wie Wassermelon. Wird auch sofort klebrig im Mund. Aber mir schmeckt das. Es ist okay. Als nächstes gibt es einen Klassiker. Gummibären. Das sind die klassischen in der Variante vegan, glutenfrei, laktosefrei. Ich weiß, was ich mich die ganze Zeit frage, ob das Bild gespiegelt ist. Aber das kann ich ja in der Nachbearbeitung zum Glück noch machen. Siehst du. Ein Hoch auf Nachbearbeitung. Ein Hoch auf meine Freundin, die die Nachbearbeitung gerne freiwillig übernimmt. Soll ja ordentlich aussehen, das Video. Das kannst du nicht. Och, die sind ja süß. Oh, riecht gut. Ich möchte eine Mini-Citrone. Oh, die sind wabbelig. Ja, das ist wie bei den Katjes. Das erinnert aber weniger an Haribo, sondern mehr an diese zwei Lachgummis. Ich sag mal so, das Draufbeißen war nicht das, was ich erwartet habe. Da bleibe ich lieber bei Katjes, ganz ehrlich. Die haben eine ganz merkwürdige Konsistenz. Das habe ich aber häufiger schon gehabt. Und den Geschmack her geht es. Wirkt mir gar nicht. Ich hatte ja schon verschiedene gelatinefreie Gummibärchen, Gedöns gehabt. Wir können mal anlacken. Also die von Stork, die sind in zwei Dinger, diese Lachgummis, diese Gelatinefreien, die gehen gar nicht. Also die schmecken überhaupt nicht. Katjes gibt so ein paar Sorten, die finde ich nicht so toll, aber da gibt es eben auch total leckere Sorten. Es geht. Und es gibt ja mittlerweile auch von Haribo welche ohne Gelatine. Die sind auch ganz okay. Die gehören nicht zu meinen Favoriten. Weißt du, wie das schmeckt? Wie das Innere von einer Gelee-Banane. Ich habe die ganze Zeit den Geschmack im Mund gehabt. Kennst du diese Gelee-Bananen? Ich esse sowas nicht. Oder halt, was ich... So schmeckt das, was ich heute bei der Mensch ärgerlich nicht rund gegessen habe. Nee, also ich muss sagen, diese Rossmann-Eigenmache hat leckere Sachen. Das gehört nicht dazu. Aber jetzt kommt... Ich muss mich irgendwann mal durch diese... Es gibt ja bei sämtlichen Läden diese teureren veganen Gummibärchen. Müsste ich mich mal durchprobieren. Also ich sag mal, jetzt kommt das, wo ich sehr gespannt bin. Ich kenne es nur als Fertiggericht-Zubereitung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte da auch irgendwie mal so eine Suppe oder so. Habt es durch Zufall entdeckt. Also was heißt durch Zufall? Ich habe halt mal geguckt. Ich rede von Holzpellets. Oder Legosteine. Warte, das rasche. Wir essen jetzt Legostein. Nein, es gibt jetzt... Da, 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 da. Als großes Finale. Hoffentlich leckeres. Jackfood. Ich kenne das tatsächlich als fertig so Curry und sowas, was sie dann zu Reis macht. Gibt es aber irgendwie auch als so Schnitzel-Alternative. Würdest du mir die Schere holen? Riecht nach wirklich... Also so stelle ich mir riecht nach gar nichts vor. Das riecht nicht nach nichts. Sieht aus wie nur ein riesengroßer Bananenchip. Prost. Es ist süß und knusprig und hat so ein bisschen was Fruchtiges. Das ist wirklich wie ein fruchtiger Bananenchip. Es ist ja auch nur diese Frucht und Kokosöl. Also ich muss sagen, ich habe mir irgendwie einen ganz anderen Geschmack vorgestellt. Ich hatte keine Vorstellung. Ja, ich habe mir das irgendwie tropischer... Ja, keine Ahnung. Aber umweltfreundlich sind die Dinger bestimmt auch nicht, wenn die von sonst woher angekarrt werden. Wobei, wenn die schon getrocknet sind und da immer noch so wenig drin ist, da kannst du Tonnen mal... Da kannst du wirklich Tonnen von transportieren. Ohne Probleme. Ich spucke hier gerade durch die Gegend. Also die sind schon ziemlich geil. Hunger? Jetzt auch die große Frage. Du bist jetzt eine Veganerin. Nee. Und darfst dir ein Produkt aussuchen davon, was dein Produkt wird. Was du essen darfst weiterhin. Was wäre es? Definitiv die Kokoschips. Weil wie gesagt, von der Schokolade hatte ich schon bessere, von den Gummibärchen hatte ich schon bessere. Ich glaube, bei mir tatsächlich die Dinger. Dann darfst du die mit nach Hause nehmen. Wenn sie bis dahin überleben. Aus dem einfachen Grund. Ich glaube, dann kann man auch im Notfall andere Sachen machen. Oder so zerkörnt in Joghurt, was weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das war ein neuer Test für meinen Kanal. Es gibt sicherlich auch immer mal andere Videos. Ich denke mal, das Angeln-Video ist immer noch nicht online, wenn dieses Video online geht. Ja, Madame, du kannst ruhig abducken. Untertitel sind blöd. Wer ist da denn hinter der Kamera? Ja, hab ich doch aber trotzdem auf den Ton dann keinen Einfluss. Ich weiß, alles gut. Lass dich nicht triggern. Du bist der Technik-Mensch. Du musst für Technik sorgen, nicht ich. Ich bin der pleite Technik-Mensch. Das ist ein Unterschied. Ich könnte für Technik sorgen. Wenn ihr uns also alle abonniert, kann ich mir irgendwann ganz viel Technik kaufen. Und dann musst du keine Untertitel mehr bearbeiten. Also, wenn ihr Angel-Videos sehen wollt, wisst ihr Bescheid. Genau, coole Angel-Videos. Das war jetzt mehr so eine spontane Aktion. Und wir werden jetzt noch spontaner, weil wir nehmen jetzt noch ein bisschen Minecraft auf. Wahrscheinlich. Und das Lustige ist eigentlich, wir waren heute draußen in der Natur unterwegs und haben extra Krempel mitgeschleppt. Also, sprich, Essen und Stativ. Und wollten das in der freien Wildbahn aufnehmen. Und dann kamen Kinder. Aber ich habe trotzdem ein paar Aufnahmen gemacht, zumindest von Wasser. und Pflanzen. Na gut, ich sage mal so. Alles, was auf der Wiese war, außer die Kinder, sind ja quasi auch vegane Produkte. Wasser, Graspäume. Da sind Bienen umhergeflogen. Die produzieren Honig. Der ist nicht vegan. Der ist nicht vegan. Und so eine Biene ist nicht vegan. Und so ein Kind ist nicht vegan. Da gebe ich dir recht. Aber der Rest ist alles. Möchtest du ein Kind essen? Oh Gott, jetzt tun sich Abgründe auf. Na, eigentlich habe ich das nicht vor. Aber ich meine, wenn die einen auf den Keks gehen, das wäre Recycling. Nein, Spaß. Also, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich glaube, ich muss jetzt meine Freundin erstmal trösten. Sie ist etwas geschockt. Und, äh, wie war das? YouTuber-Verabschiedung. Tschüss. Tschüss.